Du, natürlich! DUTZ! Ich will jetzt hagelst einen 101. Jetzt hagelst du einen 101. Nein, nein, jetzt hagelst du noch eine Runde. Ne, es hagelst keine Runde noch. Es hagelst einen 101, du Fisch. Ja, okay. Was für ein 101? Ja, normal 101 halt. DUTZ! Aber nix chaos gegen mit normalen Waffen, gell? Mit Sniper. Nein, normale Waffen oder nach Sniper, von mir aus. Ja, okay. Siehst du mal, was das für ein Hausvorteil hat, ey? Oh Mann. Komm bei mir rein. Alter, das war einfach zu geil. Hier, F9. Ne, F8. Alter, gleich hagels. Aber vergiss nicht, 17 Plätze und so. Nix 17 Plätze halt, die Fresse, alter. Was? Dann hab ich nur KSG. Tja, dann sperre ich die halt. Rennst halt mit dem Messer rum. Ja, mach einfach 17 Plätze rein, du hast doch auch. Hab ich ja. Ja, gut. Punkteserien. Aber nix chaos gegen, gell? Ja, ja. Die wird jetzt erstmal fett gesperrt, die Missgeburt. Hat er die ernsthaft und die Sniper auch, alter. Ich kack die Wand an. Ja, das machen wir auch noch, weil Claudio ist so einer, der spielt mit so ner Scheiße rum. Der wirft mit so ner Kacke auch rum. Dann, was könnt ihr noch dabei haben? Die vorangebende Klasse, dass sie ja kein Geist spielt. Machen wir das raus. Ich hab keine Geist-Klasse, ich schwör. Ich schwör, Lan. Zack, Lan. Alter. Was willst du nun noch alles blocken? Ich schwör, jetzt hagelst ein 101, Alter. Jetzt hagelst so ein 101. Alter, jetzt hagelst gleich richtig. Jetzt hagelst so ein 101, Alter. Jetzt klatscht richtig. Bereit? Äh, ja. Es geht bis 20. Oh Gott, 287 Punkte pro Minute. Wie schlecht bin ich eigentlich, Alter? Aber Spaß. Genau. Genau, Philipp. Ich glaub so. Alter, komm jetzt. Ah, jetzt klatscht das. Und zwar kein Beifall. Sagst du mir, gell? Mhm. Frei für alle. Ich krieg dir jetzt erstmal Spawnshop, du beschissene. Ah, du bist doch dumm im Kopf, Lan. Du bist doch dumm, ey. Jetzt bist du am Arsch. Bin ich das? Mhm. Bis wieviel geht's? 20. Ey, genau! Bis 20. Das scheiß Fraps, Alter. Ich hasse Fraps, Alter. Das zieht auf die Leidung, Alter. Ja, genau! Wolltest du 1-on-1? Du hast einen 1-on-1. Ich spiel auf so einer komischen 720p-Auflösung. Da kann man auch nix machen. Wieso? Wieso spielst du auf 720p? Und ne? Sobald ich meinen anderen Monitor als Xbox-Monitor habe. Nee, einfach nur nee, weißt? Er war überhaupt nicht... Nee, gar nicht. Gar nicht. Kack's jetzt gleich richtig ab, mein Freund. Ey, ich hab einfach kein Aim, keine Hände, nix aufm PC. Guck mal, wie schnell der mir gibt. Kann stiften gehen, Alter. Komm halt raus, Mann. Gammel nicht so dumm hinter diesem Zaun da rum, echt. Ich glaube es ja schon wieder nicht. Möwe! Fuuuck! Ja, Alter. Sonst geht's dir gut, gell? Oh, lustig! Ich sag dir, ich drück dir, Junge. Neeeein! Oh Gott! Du bist so ein Lappen! Scheiße! Scheiße, ich hätte anders reagieren sollen. Egal. Was?! Was?! Danke! Jetzt... Jetzt machst du's mir noch sch... Jetzt machst du's mir noch leichter. Darauf hab ich die ganze Zeit gewartet. Hä? Hä? Wieso mach ich das jetzt leichter? Wir haben... Nein. Nee, ist klar. Was ist das für eine scheiß Tarnung? Die hab ich mir gekauft. Dragon-Tarnung. Ist voll geil. Es gibt einem 20% mehr Scale. Okay. Komm. Weiß. Verpiss dich jetzt. Tja, es gibt es 20, ne? Ich weiß. Ich lass dir noch ein bisschen Chancen kommen. Ich mach irgendwas cooles. Ich knife dich so. Guck, wenn er da so steht, dann spring ich so runter. So. Guts. Was ich machen? Fuck, keine Munition mehr. Scheiße, Alter, wo ist hier Muni, Alter? Shit, 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 shit. Was du wieder für eine Scheiße laberst, ey. Premium Scheiße. Ach, echt. Scheiße, ich hätt doch Sniper mitnehmen sollen für Last Kill. Wär ja noch schön geworden. Du laberst diese richtige Premium Scheiße. Weißt du das eigentlich? Ja, tu ich das. Ja, das tut. Warte mal. Wie kann das? Ey, das ist gar nicht durchkondicted, ne? Ja, das ist Schicksal. Ey, du ist schon schlecht. Ich hab... Dir ist schlecht. Wir machen jetzt Sniper. Jetzt machen wir Sniper. Ja, okay. Dann zocken wir online bisher und fangen Leute ab. Alter, guck mal, wie du zielst schon wieder. Wie du schon wieder richtig hässlich mit der Scar zielst. Ich bin hässlich. Bitte. Ey, du, ich schwöre, wenn du mich mit Dings killst geh, ich sperre das jetzt auch. Was, was sperrst du? Du Peniskopf, Alter. Mach Quatsch nicht so. So, was. So, gelähmt. So, das sperre ich jetzt alles, Alter. Ich hab keinen Bock da drauf, Alter. Los! Ja. Ja. Ja, ich bin ja klauio. 140. Ja, lol. Ey, du bist so gelähmt, Philipp. Du bist sowas von gelähmt. Das gibt's gar nicht. Ach, warte, ich drück dir kurz den EMP-System. Kommt da, Braune. Ich brauch nur vier Kills, dann hab ich's. Ah, ich kann aber auf dem PC überhaupt nicht snipen, ne? Das ist dein Problem. Mir ist grad aufgefallen, ich glaub, ich hab immer noch Folgenauflage, die ich hochladen muss. Frei für alle. Du hast vor allem noch Battlefield 4, glaub ich, oder? Oh, ja, Alter, stimmt. Fuck. Wurde diesen total schlechten mitgebracht, das da. Wurde diesen total schlechten mitgebracht, das da. Wurde diesen total schlechten mitgebracht, das da. Da ist er ruhig. Oh, fuck, ich hätt Leben runter machen sollen. Loll. Ich mach jetzt gleich Leben runter, Alter, das kotzt mich an mit den Hitmarkern. Warte kurz, ich mach runter. Claudio hat das erste gewonnen. Jo. Denitiv. Aber ich irgendwie auch, da steht auch Sieg bei mir. Ja, guck mal, das ist so lächelig. Ich weiß, die Sniper wollen aber messern. Oh, lustig. Ja, du hast auch dein Messer in der Hand. Ja, du hast es angefangen. Ja, ne. Jetzt reg mich nicht so. Guckst dir an, wie's connected. Ah, ja, natürlich connected. Das ist meine Leitung. Was soll's sonst machen? Scheiß 50k Glasfaser-Kacke da. Glaskabelfaser, was du vor allem gesagt hast in dem einen Video, Alter. Du hast Glasfaserkabel, gell? Hä? Du hast Glasfaserkabel. Hm, ich weiß gar nicht, kann sein. Aber wie du vor allem Glaskabelfaser gesagt hast. Klar auch. Alter. Ich bin voll versprochen, voll verzockt, wollte ich grad sagen. Glaskabelfaser. Ich glaub's auch. Glasfaser-Kabel. Glaskabelfaser. Einsatz wurde autorisiert. Was? Hartscope halt mehr, Alter. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Ich wollte, dass es Fehlzündungen gab, Alter. Schatz, man, der Fehlburt, Claudio. disruptiert und auch limitiert. Ey, wieso Connecten trotzdem, alter? ringer? Lichter, Schatzmacher raufholen. Mit girl sisters,? Er spawnt da jetzt. Ey, wie schlecht bin ich eigentlich? Ziemlich schlecht. Er wollte es schon wieder machen. Er wollte es einfach schon wieder machen. Alter, wie er da liegt wie so eine Flunder, ey. Ich glaub's nicht. Wallbang. Wow, das war der Wallbang. Das war ein Zaunbang. Was? Was für Zaunbang? Was willst du eigentlich? Warum kann ich hier nicht hoch und da schon? Genau, Alter! Es macht so keinen Bock gegen deine scheiß Leitung zu spielen, Mann. Du spielst immer noch gegen mich, nicht gegen meine Leitung. Genau, Alter, ich bin so schlecht. Ja, gleich hagelst du mal eine Honig, werd dich so die Abschusskette ziehen. Man sieht's, ich drück dir echt voll die Abschusskette. Ja, du kriegst ja nicht mal eine Drohne geschissen. Ey, du bist... Ich hab ja auch nicht mal Dings aktiviert, wenn du mich noch einmal messerst. Ich schweiß dir, ich bring dich zum Dings, dass dein scheiß Internet nicht mehr geschehen kann. Und wo halt pusten oder so kann. Geht draußen oder was? Ja, Alter. Hä, woher weißt du das? Ich weiß es halt nicht. Soll ich das machen? Ich bin ja auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Kennst du dich auch nicht? Nein, Alter! So, Hautskopfer drinnen. Seit wann spawnst du da? Seit gerade eben. Ich hab keine Ahnung, Philipp, echt. Sogar anspawnt der da? Muss man nicht verstehen. Kann man auch nicht. Oh nein! Wieso musst du ja immer so nachladen? Aber Spaß. Ja, genau. Mhm. Dutz, Alter. Alter! Wieso kacke ich gerade so heftig ab? Weil du schlecht bist. Du meinst, weil mir schlecht ist? Ja, das auch. Piss dich doch! Hallo! Oh Gott! Oh nein! Genau! Okay, das war Harzkop. Das war Harzkop. Penis, Alter. Jetzt hab ich viel kill, du missgebild. Scheiß hast du. Was tut's das denn? Was? Was? Was hüpfst du eigentlich so hässlich? Das muss mal jemand sagen. Wieso hüpfst du so behindert in der Gegend rum? Meinst du so? Ja, genau! Genau, mein Freund. Harzkop, Harzkop, Harzkop. Ja, und jetzt? Oh, na! Oh, na! Da hab ich nicht gesnackt. Genau, Alter! Genau! Das war Premium gerade. Ich will deine Waffe haben. Leg die da nicht mehr raus. Ist ja alle eben. Doch, doch. Ja, bitte! Alter! Es gibt's denn nicht, dass ich viermal nix getroffen hab? Doch, bei Roller. Ja, okay. Das war die Revanche für vorhin. Dudes MMA-Fighter. Oh! Scheiße, jetzt krieg ich wahrscheinlich aufs Maul. Scheiße, es war ja Harzkop. Ich bin so dumm, Alter. Was mach ich? Oh, da fällt mir noch mein Handy voll auf die Tastatur. Oh, nein! Du hast gehartscoped, du Wichser! Alter! Nicht dein Ernst, oder? Wieso, mein Ernst? Was ist mit meinem Ernst? Ist ja nicht mehr ernst zu nehmen, mein Ernst, oder was? Ne, Mann, wir zocken jetzt online. Oh, ja. Weiß nur letztens, wo die alle voll abgeraged haben. Ja, das war sowieso so schwul, Alter. Alter, das war so unnötig. Nee, das war echt unnötig. Genau so wie du. Ja, Ballista. Ja, wird das jetzt heute auch noch was, oder wie sieht's aus? So. Gibt schlecht aus, du. Wen haben wir denn hier? Oh nein, Alter, was macht der für eine Scheiße? Ist ihm eigentlich schlecht, oder was macht der da? Oh, nice. Der hat uns den Sieg geholt. Der hat uns den Sieg geankert. Ja. Lenitiv. Ich hatte einen Mann in seinem Klantik, Alter. Der hat YouTube. Yes. Suchen und zerstören. Oh, ja, als ob der im Chat besser wäre. I don't care, ne? Tja, ist echt so. Oh nein! Oh, du minderwertige Missgestalt! Hast du diesen Witz im Chat gesehen? Hast du den gesehen? Hä, welchen? Softstopper. Alter. Weiß... Dafür einfach mal ein Anti-Respect. Ja, Mann. Guck mal, wie heißt der? Evgenitsch, oder so. Da, Alter, egal. Techniker ist voll nice, gell? Techniker ist richtig nice. Da haben sie wieder sein Schild hingestellt. Der ist doch links, Alter. Hast du ihn nicht gehört? So schlecht, Alter. Mess ihn, mess ihn! Oh nein! Du bist so schlecht! Du bist so schlecht. Weißt du, der Typ messert einfach nicht. Er messert einfach nicht! Ich hämmer diese Tasse in den Boden rein, aber er messert mich. Du, 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 du. Oh, Alter! Noch mehr Sprayen kann man doch gar nicht, auch wenn man zielt. Suchen und zerstören. Oh nein! Ey! Ich verstehe das nicht. Ich spiele jetzt Peacekeeper. Ich spiele jetzt M-Tag. Ey, das könnte ich auch machen. Ich lieb die voll die... Ah, ne, M8 da eins halt. Hier, M8 da eins halt. Das Herz kommt doch überall, oder? Ja. Da rechts ist einer bei A. Hast du den? Nice. Da ist einer. Scharfschütze ausgeschaltet! Noch ein Abschuss! Aber beide gewixt. Ist mir aber auch egal, Alter, jetzt. Nice! Der hat den wieder geholt. Ja. Der ist echt nicht schlecht, der Typ. Mhm. Vor allem dem ist nicht schlecht. Und der zockt, der zockt aufs Sniper. Es sind zwar keine wirklichen Quickscopes, aber es ist zwar kein wirklicher Hardscope. Er muss ja nicht, er muss ja nicht, er muss ja nur die Kills holen. Was bringt den Quickscope, wenn du stirbst? Nix. Suchen und zerstören. Das Zielbeschütz... Da haben wir schon ein Game-Flezer. Weißt du, diese Leute, die einfach mal gar kein Englisch können. Scharfschütze! Oh, ich hab gedacht, ich kann seine Waffe aufnehmen, schade. Da kommt einer, pass auf. Hast du? Da kommt einer. Oh! Hat der mich angewixt, Alter. Wer darf! Oh mein Gott, Claudio! Du bist so bescheuert, ey. der ist oben drin, pass auf Dutz, Alter, Drohne Nice Aber ich setz noch nicht ein Wohnt sich ja nicht Wir haben entschärft doch mal ein, äh, jetzt bringt sie ja nichts mehr, jetzt haben wir verkauft Verloren Diese Runde haben wir verloren, bereit machen für die nächste Meister, dass du da mal hingehst Ja, ich war ja auf dem Weg, aber zu spät halt Du gehen es, Alter SVU, echt Die Ziele beschützen Drohne nähert sich Achtung, da hast du Snipern selber Oh, der macht's gut, Alter Der ist echt nicht schlecht Vor allem dem Isma nicht so schlecht Jetzt hol doch mal alle Kills, Alter Ich bin doch noch zur Drohne raus Die sind jetzt alle Wichs hin Achtung, da kommt einer hinten hoch zu dir Nice 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 Of course Verleihmassen für die nächste Runde Ich komm vielleicht gerade mal in den Sist oder sowas. Dann hab ich den Friesen gut schon wieder. Oh, fick dich! Du Wichser! Der ist da oben drin, ich hör den, wie er seine Waffe schwingt. Oh, nein, 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 ich setz jetzt einen einfach. Das juckt mich nicht. BATS! Oh, solche Wichser, echt. Guck mal, wie ich ihn geholt hab, Alter. SCUFJUMP FOR THE WIN! Am Start! Ey, du hast den allerletzten Kill gemacht. Hashtag SCUF... Scheiße, Alter. So nice. Gute Arbeit, Trupp. Bereithalten für weitere Befehle. Alter, wie die alle rausgehen, echt. 8-1 läuft bei mir. Ja, gut, ne, Waffe ist ja nicht schwer. Ey, ich könnte Prestige drücken. Geh mal raus, geh mal raus aus dem... Nein, drück jetzt einfach, drück jetzt. Nein, ich kann nicht mehr, wir müssen aufhören. Ich hab keine Zeit mehr. Oh, ja, okay, Leute, dann, äh... Prestige. 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 Drückst du noch Prestige? Ähm, Prestige-Modus. Prestige starten. Prestige 3. Erst. Ja. Süß. Ich bin da auch schon auf der Xbox durch, fast. Ich bin Level 51. So, Klasseneditor und Punkteserien natürlich gesperrt. Läuft. Ne, rutscht. So, jetzt, weiter. Also dann. Leute, dann war's das mit der Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich überlasse Cloud Arnus das Schlusswort. Viel mehr bleibt mir auch nicht zu sagen. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.